Die 12 bitte an die 13, die 12 bitte an die 13, willkommen zurück zu Retarded Battlefield, ich bin die 12 und hinter mir sitzt die 13. Das ist vollkommen richtig. Warum eigentlich die Nummern? Ich weiß es nicht, wir haben das vorher leider nicht abgesprochen, deswegen weiß ich nicht, weshalb die Nummern. Ich bin auf jeden Fall Frau Schmidt. Die 12 bitte die 13, das ist ja auch, wie war das Nummer? Das sind ja so Geheimcodes, das steht zum Beispiel für geile blonde... Schnitte in Gang 12. Richtig. Genau, genau. Oder du kannst jetzt endlich mal auf Toilette. Genau. Gibt's alles. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall nicht vor, auf Toilette zu gehen, sondern erstmal hier wieder eine Quad Challenge extra Retarded Special und so zu machen. Ja. Und dafür fliegen wir doch erstmal wieder die Strecke ab, die sich im Gesamten etwas einfacher gestaltet als sonst. Als beim letzten Mal, richtig? Ja, wir fahren die Strecke lang. Genau, bei den Schildern dort, die wir gerade fast gerammt hätten, geht's los. Dann einfach hier auf der rechten Spur, beziehungsweise die rechte Straße entlang. Genau. Klingt jetzt erstmal recht einfach, aber wir müssen ja auch erstmal reinkommen. Beim letzten Mal habe ich ja ordentlich verkackt. So. Und dann hier der Tunnel. Wir haben uns dafür entschieden, weil hier so viele Autos stehen. Und hier ist tatsächlich auch ein Krater bei dem Bus. Das wird ein recht spannendes Ding. Ja. Und wie ihr schon seht, sind wir die schon mal abgeflogen. Und hier links rein. Genau, richtig. Jetzt hätte ich es fast verpasst. Siehst du, ich habe ein bisschen geträumt. Ja. Dann hier rechts nach oben. Ja, hier den Feldweg. Sehr schön. Und über Dora, weil wir Dora so gern haben. Genau. Das ist aber auch eine heiße Schnitte. Das ist die 13. Das muss ich dir aber mal ganz laut sagen, mein Freund. Na, sagst du was? Die Dora ist eine heiße Schnitte. Cool. Hier rechts wieder. Ja. So. Schön gegen Grenzposten passieren. Richtig. Ja. Und dann hier in das Nagelöhr hinein. Hier rein. Eine kleine Schlaufe fliegen. Ja, muss auch mal sein. Wir fliegen, nachher fahren wir. Richtig. Richtig. Das geht dann hier links. Genau. Und? Oh, ja. Oh, ja. Und dann hier durch F hindurch, rechts abgebogen. Mitten in die Düne. Genau. Gerades Ziel ist dann hier das Schild. Dort muss man zwischendurch, man darf nicht dran vorbei, sondern man muss zwischendurch. Die Straße wieder links. Die Straße entlang. Und dann. Das ist die Zielgerade. Quasi, genau. Ja. Ein bisschen krumm die Gerade, aber Ziel immer noch. Genau. Denn hier drüben haben wir. Und dann muss man hier an den Tanks vorbei. Also sobald man hier die Linie der Fahrzeuge passiert hat, hat man gewonnen oder eben verloren. Und dann ist man auf jeden Fall ins Ziel gekommen. Genau. Was ja auch nicht immer so der Fall ist. Richtig. So, wir kümmern uns jetzt um Quads. Und wir sehen uns dann ja nicht wieder. Ich freu mich auch. Bis gleich. So, mal die Kameras toppen. Oh, gibt's denn Quads? Ach, hier gibt's. Hier gibt's mehrere. Ups. So, ich steig mal aus, wa? Ja. Stürb. Du Zaun. Wanderlismus. Kann ich den Zaun eigentlich? Wanderlismus. Den Zaun kann man aber nicht aufschießen, ne? Oh, guck mal. Zwei Dinger. Sag ich doch. Abgefahren. Abgefahren. Zwei Dinger, ey. Der hat ja zwei Dinger. So, ich muss dann auch die Steuerung nochmal umstellen. Ja, ja, ja. Oder machen wir das wieder, damit sie's sehen? Mit was? Was? Machen wir wieder das in der Aufnahme, die Steuerung umstellen, damit sie's sehen? Ja, können wir machen. Ja, machen wir so. Oh, das wird hier spannend. Uh. Oh. Huch. Wir können's noch weiter vor. Weiter, 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 weiter. Stopp. Zurück. Zurück, 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 zurück. Da, weiter, zurück. Weiter. Stopp. Ah. Zurück. Stopp. Njopp. Granaten haben wir. Haben wir, ja. So, ich setz mich schon mal auf F2, dann stellen wir gleich um. So, dann die Kamera startet. Mhm. Und meine Aufnahme startet. Mhm. Okay. So. So. Da sind wir wieder. Halt, zurück. Ach, du siehst ja so niedlich aus auf deinem Quad. Das ist ja so niedlich. Stimmt, allerdings man sieht echt. Ja. Papa, man geht's in zur Schule. Ja. Naja, wie auch immer. Halt die Fresse, Timmy. Wir wollen natürlich. Wir, 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 genau. Die. Na? Hör mal auf, äh, uns dazwischen. Wir reden uns ständig. Ja. So, im Fahrzeug. Saft. Saft. Sa. Saft. Zurück. Ja. Saft. Genau. Zurück. Ja. Weiterspielen. Wir haben, ich hab eine Granate in der Hand. Du auch. Du hast auch eine Granate in der Hand. Ja, ja, ja. Ich sehe das. Ich werfe auf den rechten Jeep. Oh gut, äh, ich auf den linken. Okay. Äh, nach eigenem Ermessen. Meine fliegt jetzt grad. Ach du Scheiße, ey. Da war der Startschuss. Eiskalt. Er zieht da vorn. Du? Ich? Ich bin bei mir vorn. Verdammt, Axt. Ich dräng dich doch jetzt eh wieder ab. Ja, genau. Das wird garantiert passieren. Deswegen versuche ich gerade auch ein bisschen schneller zu fahren als du. Aber. Das funktioniert nicht. Ich bin einfach zu fett. Ja. Fetti, fetti, fett hochziehen darf ich ohne Gran aufstehen. Oh, ich bin jetzt auch langsam geworden. Du kommst immer näher, du kommst immer näher, Alter. Wie denn? Na jetzt müssen wir... Oh. 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 Noch geht's aber mit der Steuerung. Nein, nein, nein. Doch. Was? Nein. Es gibt's doch nicht. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Das ist der Knaller, Basti. Du bist der... Wieso... Wieso... Wieso wirst du nicht zur Seite gestoßen, sondern immer ich? Was? Das gibt's doch nicht, Mann. Ich hab nicht ein Ding abgekriegt. Das ist doch wohl nicht wahr. Doch. Alter, ich... Ich... Wir hängen ineinander und dann plötzlich... Oh, werd ich plötzlich... Ach. Ich steig mal bei dir auf. Hol mir mal ein... Fahr mich mal zu nem Quad, du Arschloch. Die können ja auch gerne versetzt fahren. Ne, 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 ne. Oh, nein, 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 nein. Ich bin einfach mal ausgestiegen. Ja, ist richtig. Ich fahr zum Ziel. Mann, ey. Aber schön. Wo, ey. Nicht mal bis zur Brücke gekommen oder gerade so, ey. Ich dachte mir auch, dass das eigentlich ganz spannend wird dann bei F irgendwie, aber... So ein Kack, ey. Übrigens hier, ne, muss man so ins Ziel und wer's drauf hat, kann dann hier durchfahren. Aber nur wer's drauf hat. Also, guckt lieber bei mir. Haaaah. Oh, die beiden Jeeps explodieren bald. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Zurück ist hier. Ähm, glaube, dass das so passt. Oh, oh, nee. Achso. Drück die ganze Zeit weh und wundere mich, warum ich nicht nach vorne fahr. So, jetzt, jetzt. Ja, gut. Fahr weiter vor. Ja, 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 oh, 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 oh. Natürlich werde ich ja vorfahren. Oh, das war zweit. Zurück. Äh, zurück. Zurück, 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 zurück. Stopp. Okay. Noch ein bisschen vor, wenn du magst. Oh, das war der Falschklapp. So, nein, auch nicht. So. Nochmal? 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 Oh. Ja, passt. Passt. So, okay, alles klar. So, ich bin erstmal ausgestiegen. Nehme mir erstmal hier ein paar Granaten. Hallo. So, hallo. So, Granate. F2. F2. Ich werfe diesmal auf den linken Jeep. Oh, dann nehme ich den rechten. Hi, ich habe schon geworfen. Das ist ja lustig. Ich nehme mich auch. Sorry. Kein Problem. Fehlstart. Sorry. Weiterfahren. Alles gut. Alles gut. Ich habe weh gedrückt. Nein, ich habe nicht weh gedrückt, sondern... Egal, fahr mal vor. Fahr mal vor, mein Freund. Dann kommst du wenigstens nicht in die Quere, ey. Oh, oh. Das ist alles andere als komfortabel, so zu fahren. Ne, echt. Also, meinen Fingern wird es morgen nicht gut gehen. Ne. Aber was machst du auch mit deiner linken Hand, wa? Es ist jetzt mal ehrlich, wozu benutze ich meine linke Hand? Naja. Zum Schreiben, ja gut. Ich höre keinen Knall. Was ist da los, Basti? Du enttäuscht mich. Ich frage mich das Gleiche auch gerade. So, hier so durch. Oh, es ist ja praktisch, dass wir hier... Oh, 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 oh. Oh. Komm schon. Hier rechts. Und links. Und hier... Links. Nein, ich werde schon wieder weggestoßen. Von wem hin? Von dir. Warum bist du dann schneller als ich? Was soll denn das? Wieso bin ich schneller als du? Na, wenn... Verzieh dich! So einfach ist das. Verzieh dich, du Sau. Das ist meine Strecke. Oh, oh. Ja? Links da. Doch. I'm the King of the Road. Alter, wie hast du nur dazwischen durchgefasst? Ich hab keine Ahnung. Dass du genau dazwischen durch fährst. Wie krass war das denn? Ja, absolutes Glück. Oh, am LKW links vorbei auf jeden Fall. Ja, ja. Oh. Oh. Es. Ah, die. Ah, ah. Es wird nie winnen. Es wird winnen. Nein, wird's nicht? Doch, wird's. Du zerschelst... Nee, du zerschelst. Nee, ich zerschelle nicht. Wenigstens dann, wenn ich dich wieder... Ja, stimmt allerdings. Ich zerschelle nicht. Doch. Nein. Nein. An die Seychellen. Haha. Oh, oh. Hm. Ah. Sehr gute, sehr gute Argumente, die ich hier vorbringe. Ja, finde ich auch. Absolut. Hier reicht's, hier reicht's. Ach, shit. Nein. Ja. 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 Das gibt's doch nicht. Das ist der Knaller. Da ist so ne kleine Kante, ey. Das ist wie ein Fingernagel oder sowas. Und ich bleib da dran hängen, ey. Das ist so nicht wahr. Die Fingernägel des Teufels. Wer kennt sie nicht? Soll ich dich wieder mitnehmen? Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Ich war so gut, Mann. Das stimmt allerdings. Du hast echt gut... So ne Scheiße. Ja. Schade, dass es nicht gereicht hat. Aber, äh, das nächste Mal. Und abspringen bitte. Dankeschön. Uh. Mann, ey. Aber ich hatte auch verdammtes Glück, ey. Oh, oh. Falsch Knopf. Hier. Richtig, richtig so. Links, rechts. Nein, so. Tja. Basti, bisher bin ich der Retarded Quadmaster, ne? Das stimmt allerdings, ja. Arschloch. 5 zu 0. Wenn man alles zusammenzieht. 5 zu 0. Ja, dafür bist du im Blindschießen besser. Ja. Wobei, durch unser Let's Fail Together hast du da, glaube ich, schon genug Übungen drin gehabt. Ha, 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 ha. Oh. Sollen wir mal gucken? Äh, ja, nee. Noch ein bisschen. Fahr doch mal links. Alter, ey. Drecksding. So, jetzt bin ich, ja, ich. Egal, egal, bleib einfach stehen. Ja, ja, gell. Boxier mich einfach an die. Genau. Weiter vor, weiter vor. Zurück. Noch ein Stück. Vor? Zurück. Zurück. Noch weiter, noch weiter, weiter, weiter. So, im Moment, ja, haben wir fast. Weiter, gleich, gleich. Ja, stopp, stopp, stopp. Ja, ist gut so. Okay, alles klar. Ich nehme mir mal hier eine Granate aus, aus den ersten. Ja, ich habe eine, willst du die haben? So, nee, ich habe schon, danke. Okay, vielen Dank, klingst du dich nicht auch? Hättest du dich doch zugeworfen. Vielen Dank, ja, ist nett. Ja, was soll ich dir? Ähm, tja, Basti, entweder ist das jetzt die letzte Runde. Oder? Oder aber? Nicht. Nicht, ja. So eine Scheiße, ey, ich muss doch hier mal. Mann, ey, die Leute werden uns schlagen, weil die Folgen so kurz sind. Ja, das beeinflusst ja nur du. Nur du. Okay, Basti, wollen wir? Ja, wir wollen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Hast du wieder nicht geworfen, du Sauer? Doch, da. Da. Oh, 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 oh. Bei mir bin ich wieder vorn. Ja. Ja. Bei dir auch? Bei mir bin ich vorn. Nein, bist du nicht. Doch, bin ich wirklich. Nein, 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 nein. Ich ziehe jetzt sogar noch weiter weg. Nee. Ja, dann ist es jetzt wieder problematisch, weil sobald ich jetzt hier nach rechts fahre, werde ich wieder sonst wo hingeschleudert. Also ich bin jetzt auf der linken Spur. Wirklich? Ja. Ah, ich merke, glaube ich. Dann fährst du quasi, ja, du fährst. Hör auf, hör auf. Ich mach gar nicht. Ey, Mann. Ich krieg die Krise hier mit dieser Kacke. Ja, das war auch der Grund, weshalb ich bei diesem komischen Frost... Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Geh doch kaputt, Alter. Wieso gehst du denn nicht kaputt? Das ist der Knaller. Dass ich auch bei diesem komischen Frostgedöns da nicht, nicht, äh, mich so aufgeregt habe. Also ich habe mich aufgeregt. Oh. Bist du tot? Nee. Nee? Wieso nicht? Alter, ey. Gott sei Dank. Es sind nur die Scheiben von dem anderen Auto rausgeflogen. Also ich passiere jetzt Dora. Ja, ja, ich weiß. Die geile Alte. Du bist ja vor mir. Da würde ich gerne mal stecken bleiben bei der. Weißt du wohl schon, Schatzlein. Ja, safe. Dass ich die Pfeiler hier nicht mitgenommen habe, ist der Knaller. Ich habe so viel Glück momentan. Echt, ey. Ja. Wow, okay. Ja. Drückst du eigentlich Shift? Ja, natürlich. Ja gut, dann habe ich ein Problem. Ich fahre jetzt nämlich gerade eine auf Save. Tja, was die. Also entweder zackse ich mich jetzt hier. Oder. Nicht. Nicht, ja. Und das bedeutet, also. Na? Ja, es ist. Bitte komm. Ganz ruhig. Zerschrote dich. Zerschrote dich, du Arschloch. Zerschrote du dich doch, du. Nee. Doch. Das macht es ja weniger spannend. Noch weniger. Okay, du hast gewonnen. Wieso? Ich bin hier hängen geblieben. Ich bin zwar nicht zerstört, aber ich bin hier hängen geblieben. Du bist retarded, oder was? Jetzt kriege ich wieder meine... Ich kann aber immer... Kriege ich meine Finger einfach nicht mehr richtig sortiert, ey. Das ist echt okay. Aber du bist schon mal nicht wieder abgestiegen. Das ist doch mal was. Ja. Oh. Das ist echt toll. An und für sich kann mich... Oh, die Tanks können mich noch aufhalten. Ja, nee, nee. Ist vorbei. So eine Scheiße, ey. Ich sehe dich gar nicht auf der Minimap. Ja, ach nee. Arschloch, ey. Du bist echt ein schlechter Gewinner. Nein, 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 nein. Doch bist du... Noch habe ich ja nicht gewonnen. Von daher... Arschloch bist du... Lass mir diesen Hohn. Ja! Ja! Blöder Wichser. Echt mal. Ja! Nur weil du mich jedes Mal abdrängst, Alter. Jedes Mal. Nur ein einziges Mal. Nämlich in der letzten Runde war das nicht durch dich. Vorher war es immer durch dich. Jedes Mal. Jedes Mal. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Jedes Mal. Jedes Mal. Ohne Ausnahme. Also ohne Ausnahme. Jedes Mal. Wieso explodiere ich denn jetzt nicht, wo ich es will? Hätte dir helfen können. Mann, ey. Scheiß Latenzkacke, ey. Das ist aber echt nervig. Arschloch. Ey, ja. Das bedeutet Krieg, mein Freund. Oh, ich habe jetzt... Ich bin weg. Ich wollte dir gerade mit dem Denken daher... wie du es weg. Na, ich spiele nicht mehr mit dir. Ich fahre jetzt in meinen eigenen Krieg. Das hört sich nicht so gesund an, Basti. Echt mal, ey. So eine Scheiße. Jedes Mal. Hoch! Basti, bleib doch hier. Nee. Basti. Nee. Ich lebe dich doch. Nee. Kannst mich mal. Machen wir für eine Ehre. Aber eben darum geht es doch. Dass ich dich mal kann. Basti. Nein. Die Dünenfahrt macht schon ziemlich Spaß. Basti, bleib doch... Ey, oh. Schieß dich auf mich. Baum. So, habe ich dem Baum verfehlt. Schon wieder. Fährst du denn lang? Immer dem Horizont entgegen. Wirst du jetzt tatsächlich in den Horizont hinein? Basti, tu es nicht. Wir können doch über alles reden. Sagte er und schoss mit Explosiven. Oh. Oh. Ah. Oh. Basti. Bleib hier, sonst verprügel ich dich. Komm zurück, damit sie sich verprügeln kann. Ach, komm schon. Das ist doch alles nicht so schlimm. Das ist doch alles... Basti, nein! Ohne dich will ich... Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Oh. Oh. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Basti verliert! Gegen Friends! Bei Retard in Battle 4-3! Irgendwelche Einwände? An der Abmoderation? Nö. Die Leute, die bei mir geschaut haben, die wissen Bescheid. Hast du aber nichts geschrieben. Nö. Ach so. Tschüss. Tschüss! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018